Während der Pandemie hat Popoka seine alten Manuskripte wiedergeordnet und umkoponiert. Meiste davon sind seine frühen Klavierwerke. Er ist nämlich kein Pianist. Deswegen sind diese Werke eigentlich noch nicht zur Aufführung gebracht. Ausgenommen sind die Stücke, die ich gerade gespielt habe und gleich vorspielen würde. Und außerdem hören wir auch wieder etwas Schönes von der tschechischen Romantik. Die Erinnerung, Op. 5 Nummer 1 und die Erinnerung, Op. 6 von Vyacheslav Novak. Novak war Kollege von SUG. Er war ganz ähnlich wie SUG. Er war auch Froschak-Schüler und noch dazu, er wurde auch als Rektor des Frage-Konservatoriums berufen. Heute muss leider der dritte Satz der Erinnerungen ausfallen, weil ich leider nicht geschafft habe, rechtzeitig auswendig zu lernen. Deswegen spiele ich gleich im Anschluss der Isolde des Liebestod. Trotzdem möchte ich etwas ergänzen. Es gibt eine Gemeinsamkeit zwischen Amoroso, was ich heute leider nicht spiele, zwischen Amoroso und Liebeslieb. Amoroso ist ein Stück in H-Dur. Liebestod beendet sich in H-Dur. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich eine Vorlesung beim renommierten Musikkritiker, Herr Dr. Wilhelm Sinkowitsch, besucht habe. Damals habe ich über die zweite Ballade von Franz Liszt reveliert. Diese Ballade handelt sich um die Geschichte über Herob und Wernde. Das Stück ist auch in H-Moll komponiert, aber schließt in H-Dur ab. Der Dr. Sinkowitsch hat darauf hingewiesen, dass diese Tonart H-Dur eigentlich als Liebeserklärung bei der deutschen Romantik funktioniert haben soll. Angesicht der Einflüsse der deutschen Romantik auf tschechischen Romantik, kann ich nicht als Zufall betrachten, warum Novak sein Amoroso, der letzte Satz von den Erinnerungen, in H-Dur komponiert hat. Jetzt erleben wir gemeinsam das letzte, dritte heutige Programme. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik Applaus 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 Applaus